Seit Menschengedenken bewacht vom Herrn der Schatten, das Buch mit den düsteren Legenden, verfasst vom Atem der Zeit. Nur alle tausend Jahre wird den Sterblichen Einblick gewährt, auf was die Botschaften in Vergessenheit geraten. Die Botschaft der Offenbarung, am Anfang, war die Verlisternis des Treffens. Der Tag, wenn die Gunden trauert, und das Halt der toten Klagen, tief in der Gunden das Grauen sitzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018